Mein Name ist Jessen Gierisch und ich bin die Chefredakteurin von Tauchen. Hashtag Stay at Home. Und unser Motto lautet Hashtag Lesen geht immer. Und deswegen möchten wir zu euch nach Hause ein Paket schicken. Und in dieses Paket tun wir folgendes rein. Wir haben die aktuelle Ausgabe, die April-Ausgabe für euch. Wir haben ein älteres Magazin von uns mit einem wunderbaren High-Special. Und ein Sonderheft, was wir produziert haben mit dem Stichwort Abenteuer. Außerdem in das Paket kommt aus unserem Verlag das Golf-Magazin und ein Fotomagazin noch dazu. Und weil es so wahnsinnig viele Kinder gibt, die gerade zu Hause bleiben müssen, tun wir noch dieses wunderbare Kinderbuch auch mit rein in das Paket. Hashtag Lesen geht immer. Ihr findet alle Infos dazu auf tauchen.de. Und das Paket kostet 9,95 Euro und ihr braucht auch keine Versandgebühren bezahlen. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Wir stehen das alle gemeinsam durch.